Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 27. Juli 2018? Heute ist Vollmond und ein totaler Mondfinsternis. Was bedeutet Vollmond? Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne. Und bei Vollmond stehen die beiden Himmelskörper Sonne und Mond gegenüber. Somit kann die Sonne voll und ganz den Mond beleuchten und dann ist für uns sichtbar und wir erleben das als Vollmond. Aber wenn ein Vollmond im Mondknoten befindet, dann, so wie die indischen Astrologen sagen, dieser Mondknoten verschluckt die Licht und für uns ist unsichtbar ein totaler Mondfinsternis. Was ist ein Mondknoten? Wenn die Mondumlaufbahn die Ekliptik kreuzt, das ist die Mondknoten, diese Kreuzung. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik überquert, das ist die aufsteigende Mondknoten, die indischen Astrologen sagen, das ist der Drachenkopf. Und wenn von Norden nach Süden die Ekliptik überquert, das ist die absteigende Mondknoten oder so wie die indischen Astrologen sagen, das ist der Drachenschwanz. Und hier in diesem Knoten, in diesem Schnittpunkt befindet sich gerade der Vollmond und damit verschluckt dieser Mondknoten das Licht. Die Drache verschluckt das Licht. Hier sind karmische Themen, auch bei aufsteigenden Mondknoten und auch bei absteigenden Mondknoten. Und diesmal bei diesem absteigenden Mondknoten bei Drachenschwanz geht es um Vergangenheit oder alte Karma. Das sind die Themen, was wir spüren und kommt das ins Oberfläche. Oder wir schauen nach innen. Und jetzt die Unterschied zwischen unserem westlichen Astrologie und zwischen indischen Astrologie. Die westlichen Astrologen beschreiben, Sonne befindet sich im Tierkreiszeichnen Löwe. Gegenüber im Tierkreiszeichnen Wassermann bewegt sich Mond und hier im Tierkreiszeichnen Wassermann ist dieser Vollmond. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession. Die Präzession ist nichts anderes als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und es gibt nicht nur die platonischen Jahre, sondern es gibt auch die platonischen Monate. Das sind die Zeitalter. Bis etwa 2000 waren wir noch im Fischenzeitalter. Etwa ab 2000 begann die Wassermannzeitalter und dauert 2000 Jahre lang. Und das verschiebt sich dadurch den Frühlingspunkt. Und das berücksichtigen die indischen Astrologen. Nicht nur die indischen Astrologen berücksichtigen das, sondern das berücksichtigen auch die Astronomen. Und nach indischen Astrologie befindet sich Sonne noch im Tierkreiszeichnen Krebs. Und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichnen Steinbock. Das heißt, nach indischen Astrologie befindet sich dieser Vollmond und diese Finsternis in Tierkreiszeichnen Steinbock. Und genau in diesem Punkt, wo die Mondknoten auch befindet und dieser Vollmond, was auslöst diese Mondfinsternis, bewegt sich auch ein rückläufiger Mars, auch in Tierkreiszeichnen Steinbock. Natürlich hat die Marsenergie auch eine Wirkung. Das ist die männliche Kraft, was wir Frauen auch haben, weil wir brauchen diese Kraft durchsetzen im Leben. Oder diese Kraft etwas in Bewegung setzen. Aber die Marsenergie bedeutet auch der Mann. Also es ist gut möglich, dass ein männlicher Person kehrt von Vergangenheit zurück. Und es kann auch eine karmische Begegnung sein. Die Thema heute, was die Sonnenenergie und natürlich die Tierkreiszeichnen Krebs vermittelt, das ist das volle Bewusstsein, auch die klärenden Gespräche. Merkur ist der Planet der Kommunikation, ist gerade rückläufig. Natürlich kann das auch eine Art Bremse sein. Aber die Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit etwas zu tun. Und viele Menschen erleben die Gespräche, dass entweder kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder bei Gesprächen handelt sich um Vergangenheit. Und diese Energie und auch die Sonnenkraft kommt zur Zeit nach indischen Astrologie von Tierkreiszeichnen Krebs. Und das ist auch die Tagesenergie, weil das hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Mit dieser Energie beginnt unser Tag mit Sonnenaufgang. Das heißt Gespräche über Themen von Vergangenheit. Oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit und sucht wieder die Kontakt. Dann ist wichtig die Klarheit, die Orientierung, die klärenden Gespräche. Und was die Mondhaus, wo gerade Sonne und Merkur sich befindet nach indischen Astrologie, steht im Herrschaft von Planet Jupiter, also sind auch Jupiter-Themen, Glück im Tag. Oder es vermehrt sich etwas, es trägt etwas Früchte. Oder wir lernen etwas im heutigen Tag. Oder beginnen wir eine Ausbildung. Oder wir vermitteln auch Wissen. Dann sind auch spirituellen Themen und religiösen Themen. Dieser Vollmond befindet sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichnen Steinbock. Und die indischen Astrologen, auch die chinesischen Astrologen, arbeiten mit Mondhäusern. Und das bedeutet nichts anderes als die Einflüsse von Fixsternen. Die heutigen Vollmond befindet sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichnen Steinbock. Und dieses Mondhaus, wo sich diese Finsternis befindet, heißt in indischen Astrologie Uttara Shada. Und diese Uttara Shada vermittelt uns etwas. Hier ist nicht unser Wunsch nach Reichtum oder Materie ist wichtig, sondern hier sind andere Themen. Hier ist die Thema das Geistige, das Höheren Selbst und die Verbindung zum Gott und anderen Werte als jetzt die Finanzen. Wie zum Beispiel Dankbarkeit, dann Anerkennung, Respekt, Würde und auch Frieden. Diese Eigenschaften betont dieses Mondhaus. Und bei diesem Mondhaus steht unsere Seele in Verbindung mit unserem höheren Selbst und steht in Verbindung zum Schöpfung. Das ist ein spirituelles Haus. Und das wirkt natürlich auch bei diesem heutigen Mondenergie und auch bei diesem Finsternis. Bei Finsternis sollen wir nach innen schauen, aber jetzt ist wichtig, diese meditative Haltung. Und verbinden wir uns mit unserem Seele, aber gleichzeitig verbinden wir uns zum höheren Selbst und zum göttlichen. Das ist die Verbindung, das Seele mit dem Schöpfer. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichnen? Die Tierkreiszeichnen Krebsgeborenen achten auf ihren Selbstbewusstsein. In die Liebepartnerschaft begeistert etwas die Krebsgeborenen und sie verspüren jetzt die Leidenschaft. Die Tierkreiszeichnen Löwengeborenen fühlen sich etwas unsicher und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Ein Gespräch kann wichtig sein. Hier gilt auch Vergangenheit. Themen über Vergangenheit oder eine Person meldet sich wieder von Vergangenheit. Liebepartnerschaft ist auch ein wichtiges Thema bei den Löwengeborenen, weil nach indischen Astrologie bewegt sich die Liebesplanet Venus hier in Tierkreiszeichnen Löwe. Die Löwengeborenen achten auf die Werte wie Selbstwertgefühl, Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Ist auch sehr wichtig, weil die Löwengeborenen bringen ihren Finanzen gerade in Ordnung. Bei Tierkreiszeichnen Jungfraugeborenen, sie bekommen Erkenntnisse oder sie lernen etwas. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen Wissen vermitteln. Es gibt ein klärendes Gespräch und dann beruhigt sich das alles. Das lässt sich klären. Die Jungfraugeborenen haben kleinere Veränderungen gerade. Etwas bewegt sich in ihren vertrauten Umgebung. Ein Besuch ist auch möglich oder eine kleine Reise oder Einladung, ein Familienfest. Die Tierkreiszeichnen Wagengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Wichtiges Thema ist zurzeit die Wohnsituation. Sie verändern etwas wohnlich. Entweder verschönern etwas. Ein Umzug ist auch möglich. Die Gespräche hindern gerade die Wagengeborenen und sie sollen auch keinen Vertrag unterschreiben. Sie haben auch Themen mit einer männlichen Person. Diese männliche Person kann jemand sein von Vergangenheit, aber diese Bindung ist etwas unangenehm. Auch die Gespräche können zurzeit unangenehm sein. Wo die Wagengeborenen Glück haben, die Fundament, die Basis und es ist gut für einen Neuanfang und die Liebepartnerschaft, haben die Wagengeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichnen Skorpiongeborenen haben die schöpferische Kraft, tolle Ideen und das möchten sie umsetzen im Tat. Das macht sie auch glücklich und sie fühlen sich wie ein Kind. Und Thema Kind spielt auch eine Rolle. Entweder die Erinnerungen an eigene Kindheit oder Themen mit eigenen Kindern kann natürlich auch Nachkommenschaft bedeuten oder wird ein Enkelkind geboren. Es ist auch möglich, Arbeit mit Kindern. Ein Nachricht hat eine Bedeutung und das Thema ist Vergangenheit. Es ist auch möglich, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und sucht die Kontakt. Die Tierkreiszeichnen Schützengeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft und sie kümmern um berufliche Situationen. Sie haben gerade die Möglichkeit beruflich etwas verbessern. Nicht nur die berufliche Situation verbessert sich, sondern auch die Gesundheit, weil die Tierkreiszeichnen Schützengeborenen haben gerade die Heilenergie, kommt Heilung auch bei Krankheiten. Die Tierkreiszeichnen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft. Sie fühlen sich etwas unsicher und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Bei Steinbock Damen kann es möglich sein, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Das kann auch alte Karma sein, gerade bei diesen karmischen Themen. Die Gespräche haben auch eine Wichtigkeit, auch Thema wieder die Vergangenheit oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichnen Wassermanngeborenen haben ämtliche Themen und Verträge und kümmern um die Finanzen. Für das, was die Wassermanngeborenen gerade in Ordnung bringen. Aber nicht nur die Finanzen und die schriftlichen Sachen und ämtlichen Themen sind wichtig, sondern auch die Liebepartnerschaft und da brauchen die Wassermanngeborenen die Harmonie, die Ausgeglichenheit. Und das darf nicht einseitig sein. Die Tierkreiszeichnen Fischerngeborenen spielt eine Reise, eine große Rolle zur Zeit. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Die Fischerngeborenen haben gerade Erkenntnisse und ein Gespräch hat auch eine Bedeutung. Hier ist auch wichtig die Vergangenheit. Etwas klären oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichnen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Erfolg, beruflicher Aufstieg. In die Liebepartnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück. Aber eine männliche Person kann unangenehm sein. Und die Kontakte, Gespräche ist auch gerade unangenehm. Kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf eine Nachricht oder warten auf einen Termin oder Vertrag. Und es kommt nicht. Da sind die Hindernisse, da sind die Einschränkungen, da sind die Termine, die Verträge und Gespräche. Die Tierkreiszeichnen Stiergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen, mit einer Überraschung rechnen. Das ist angenehm. Und die Stiergeborenen haben auch wichtige Gespräche. Hier ist auch Thema Vergangenheit. Aber das ist eine Unterstützung. Eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Und diese Begegnung ist angenehm für die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichnen Zwillingsgeborenen bewegt sich einiges. Sie fühlen sich zwar unsicher, aber das ist trotzdem eine Vorwärtsbewegung. Die Gespräche sind sehr wichtig. Die klären den Gespräch. Sie bekommen Erkenntnisse. Und in die Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück. Aber nicht nur in die Liebepartnerschaft, sondern auch beruflich und auch bei Freundschaften, Bekanntschaften. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Zwillingsgeborenen.